Hallo und herzlich willkommen auf eurem GIMT Tutorial Kanal. Mein Name ist Michael. Ja, heute möchte ich die Illusion einer Glaskugel erzeugen. Und zwar aufbauend auf dem Tutorial von GIMT Gustl, das der mit GIMT 2.6.11 wohl noch gemacht hat, vor 8 Jahren. Und ich möchte heute sozusagen diese Illusion einer Glaskugel auf dieses Foto hier übertragen sozusagen. Und ja, eben dem GIMT Gustl damit ein bisschen Ehre geben, weil er hat viele tolle Sachen gemacht. Einfach, wenn ihr mal auf seinen Kanal wollt, geht einfach hin und gebt oben bei der YouTube-Suche GIMT Gustl ein, zusammengeschrieben oder einfach Glaskugel, da kommt ihr auch dahin. Und ich möchte das mit 2.10 machen und ihm dementsprechend ein bisschen Ehre erweisen. Okay, also, ich habe hier diese Vorlage gerichtet. Die findet ihr wie immer in der Beschreibung des Videos unten, damit ihr das nachbauen könnt. Ihr könnt es auch mit irgendwelchen Landschaftsfotos machen und so weiter und so fort. Das steht euch frei. Gar kein Thema. Hier die Ebene, also die Hintergrundebene einmal duplizieren. Ich schalte diese untere Ebene aus. Und wir müssen jetzt hier auf dieser Ebene einen Alpha-Kanal hinzufügen, weil wir später Transparenz brauchen. Und das geht eben nur mit diesem Alpha-Kanal. Ich möchte hier diesen Überschlag dieser Welle sozusagen ein bisschen eben in diese Glaskugel hineinbringen. Und deshalb beginnen wir damit, so wie es der GIMT Gustl damals gemacht hat, mit Filter, Verzerren, Drehung und Drücken. Hier hat er einmal den Wirbel hier auf 0 gestellt. Das soll eben nicht der Fall sein. Und beim Drücken hat er hier einen Wert genommen von minus 250. Und dann mache ich das auch mal so. Und ihr seht, dadurch entsteht... Ob ich hier... Ja, ja, genau. Das Minus ist nicht davor. Nochmal. Also alles markieren. Minus, 250. So muss es sein. Und jetzt seht ihr, kommt durch dieses Drehen und Drücken, vor allen Dingen durch dieses Drücken, Wenn ich jetzt hier die Vorschau benutze, kommt gerade hier das ein wenig besser heraus und wird nach vorne gebracht. Wir bestätigen mit OK. So. Des Weiteren hat er dann diese Ebene hier dupliziert. Und hat eben dann einen Lupeneffekt angewendet. Dazu gehen wir auf Filter. Verbessern bzw. Verzerren. Lupeneffekt anwenden. Und jetzt muss ich mal schauen. Und es sieht so aus, als hätten wir hier gar keinen Alpha-Kanal. Doch, da ist einer dran. Warum er das jetzt nicht macht. Keine Ahnung. Also nochmal. Filter verbessern. Ah, verstehe. Ja. Verzerren, Entschuldigung. Lupeneffekt anwenden. Und hier hat er die Linse, den Brechungsindex der Linse auf 2,20 gestellt. Ich mache das auch so. 2,20. Ne, dann wird es schon ein bisschen arg hier. Ja, unscharf und über, oder ja, wie sagt man das, überzogen. Aber er hat es so gemacht, deshalb mache ich das auch so. Und die Hintergrundfarbe, die ursprüngliche Umgebung beibehalten, das mache ich jetzt nicht. Sondern einfach die Hintergrundfarbe setze ich hier auf 0. Wo bin ich denn hier? Alles auf 0 setzen. 0. Und hier auf 0. Und ihr seht, dadurch, durch den Alpha-Kanal bekommen wir jetzt hier hinten den Hintergrund transparent. Also alles auf 0 setzen. Das auch hier. 0. Und so weiter. Ich ziehe nochmal alles auf 0. 0. Ach so. Ja. Brauche ich nicht. Nochmal zurücksetzen. Und einfach hier alles auf 0 gezogen. Gut ist es. Und bestätigen mit OK. OK. Jetzt müssen wir diese Ebene hier skalieren. Meine Ebene hier ist das Bild. Muss ich erst mal zeigen hier. Bild-Eigenschaften ist 3840 mal 2160. Deshalb werde ich die Ebene hier skalieren. So wie es der Gimp Gustl eben uns gezeigt hat. Und zwar erst einmal die Kette hier lösen. Das Schloss. Und ich nehme jetzt hier einen Wert von 1920 mal 1920. Das ist ziemlich groß. Aber dennoch praktikabel für mich. Und ich skaliere diese Ebene. Bearbeiten rückgängig. Nochmal Ebene. Skalieren. Das geht nur dann richtig, wenn ich vorher hier Auswahl aus Alpha-Kanal mache. Und dann Ebene. Ebene skalieren. Das Schloss aufmachen. Nochmal 1920 mal 1920. Und mit Skalieren müsste das jetzt funktionieren. Ihr habt es gesehen. Rechte Maustaste. Ebene auf Bildgröße. Und dann ist eben mal Auswahl nichts. So. Jetzt haben wir hier unsere Kugel. Okay. Ich schneide das nicht raus. Sondern einfach. Ihr müsst vorher eben hingehen. Und Auswahl aus Alpha-Kanal nehmen. Und dann erst die Ebene skalieren. Ihr seht es hier. Ganz wunderbar. Wir haben es schon angedeutet. Hier. Ja. Eine Kugel. Und das ist einfach erst einmal schon ein toller Effekt. Ihr könnt die Ebene spiegeln, wenn ihr wollt. Ihr könnt sie auch so lassen. Oder verschieben. Ich verschiebe sie ein bisschen. Vielleicht so. Ja. So. Dass der Übergang nicht ganz so krass ist. Irgendwo hin da. Vielleicht so. Muss man auch ein bisschen aufpassen. Damit man hier den Wirbel einigermaßen hat. Also dementsprechend könnt ihr das verschieben, wie ihr das möchtet. Ich gehe mal hier hin. Und verschiebe diese Kugel einfach mal hier hin. Und gut ist es. Rechte Maustaste. Ebene auf Bildgröße. Ja. So. Jetzt sind wir hier schon doch ein ganz schönes Stück weit gekommen. Und als nächstes werden wir dieser Ebene einen Schlagschatten hinzufügen. Rechte Maustaste. Auswahl aus Alpha-Kanal. Jetzt können wir das mal versuchen. So macht es der Gimp-Gustel auf jeden Fall mit 2.6.1.1. Ich glaube wir müssen das ohne diese Auswahl, Alpha-Auswahl machen. Aber dennoch Licht und Schatten. Und dann haben wir einen Schlagschatten. Und ihr seht, da tut sich gar nichts. Deshalb Auswahl nichts. Filter, Schlagschatten erneut anzeigen. Und jetzt bekommen wir hier einen schönen Schlagschatten. Gimp-Gustel setzt das hier auf minus 15. Und den Weichzeichenradius setze ich hier auf 640. Ja, das ist 640, ist ein Drittel ungefähr der Bildgröße. Also 3.880 mal 2.160 und dann dementsprechend. Also ein Drittel müsst ihr ungefähr nehmen im Weichzeichnungsradius. Und das machen wir auch. Und ansonsten bleibt die Deckkraft hier bei 0,500. Er hat es bei 0,450 gemacht. Dann machen wir es auch so. Und dann ist es insoweit wunderbar. Und dann können wir das abschließen. Jetzt brauchen wir eine neue transparente Ebene. Und bei dieser transparenten Ebene wollen wir einen Farbverlauf ziehen. Dieser Farbverlauf, der machen wir hier wie folgt. Also wir markieren die zweite Ebene von oben. Rechte Maustaste, Auswahl aus Alpha-Kanal. Und jetzt kommen gleich diese marschierenden Ameisen. Jetzt gehen wir auf unsere Ebene, die wir hier oben eben erstellt haben. Gehen auf Farbverlauf hier und stellen ein Vordergrundfarbe nach Transparent. Und ich habe hier zweimal weiß Vordergrundfarbe nach Transparent. Und die Form nehmen wir hier sphärisch formangepasst oder formangepasst sphärisch. Und jetzt ziehe ich erstmal hier einen Farbverlauf. So ein bisschen so vielleicht. Ist schon ziemlich viel und ziemlich stark. Aber das ist auch okay. So können wir es machen. Dann bestätigen wir das Ganze mit Enter hier. Und jetzt können wir hier diesen Farbverlauf bearbeiten, indem wir hingehen. Und stellen hier unseren Ebenenmodus mal auf weiche Kanten. Und nehmen hier unsere Ebenendeckkraft zurück auf 22%. Und dann haben wir hier nochmal schön ein bisschen die Geschichte aufgehellt. Wir können auch ein bisschen weiter noch zurückgehen. Gehen wir mal auf 15, dass es nicht zu sehr nach vorne kommt. Okay. Also das war diese Geschichte hier. Ja. So, jetzt brauchen wir noch einen Farbverlauf. Wir werden eine neue transparente Ebene erzeugen. Und jetzt werden wir den Farbverlauf machen vor der Grundfarbe nach Transparenz. Und werden hier einen linearen Farbverlauf erst einmal einstellen. Und werden erst einmal Auswahl nichts machen. So, jetzt haben wir das einigermaßen schon hingekriegt. Jetzt brauchen wir eine Auswahl. Und zwar eine ovale Auswahl. Ich nehme hier oben dieses ovale elliptische Auswahlwerkzeug. Elliptischen Bereich auswählen. Und dann gehen wir mal hier hin. Und machen hier in etwa so ein bisschen kleiner machen das Ganze. Eine Auswahl hier hin. So vielleicht. Und ziehen dann hier diese Auswahl hier auch wieder mit unserem... Na, genau. Auswahl nichts. Und ich ziehe nochmal hier wunderschön hier uns eine Auswahl hin. Weil ich habe nämlich eins vergessen. Da nämlich hier den Farbverlauf zu aktivieren. Das Farbverlaufwerkzeug und hier einen Farbverlauf hinein zu machen. Und wir können den drehen, wie wir wollen. So vielleicht. So. Ja. So ist vielleicht noch ein bisschen besser. So. Und bestätigen mit der Enter-Taste. Auswahl nichts. Jetzt haben wir die Möglichkeit dieses... Wollen wir so ein bisschen zum Shiny, zum Scheinen bringen. Einmal mit Filter weichzeichnen. Gauscher-Weichzeichner ein bisschen weich zu zeichnen. Das Ganze hier. Ihr seht das da. Dann bekommt das so ein bisschen erstmal durch die Weichzeichnung einen weichen Eindruck. Und dann kann man hier entweder die mit einem Ebenenmodus arbeiten. Oder wir gehen hier auch einmal auf 22% darunter. Machen wir. Und gehen hier auf weiche Kanten. Und wenn wir jetzt hier das nehmen. Dann seht ihr, da haben wir hier unten noch so ein bisschen aufgehellt. Im nächsten Schritt brauchen wir noch eine transparente Ebene. Und jetzt müssen wir uns einen Pinsel machen. Ich habe hier schon so einen Glitzerpinsel gemacht. Ihr müsst also Pinsel aufrufen hier. Dann geht ihr auf neuen Pinsel machen. Hier, wo sind wir denn hier? Pinsel. Dann sind wir hier unten. Einen neuen Pinsel erstellen. Und dann müsst ihr folgende Werte hier eingeben. Einmal 80,3. Dann hat er hier bei den Spitzen hat er 4 genommen. Den Wert 4. 4. Wir müssen schauen, dass er natürlich eckig ist. Ja, also hier. Nicht rund, sondern eckig, quadratisch. Dann haben wir die Härte. Die hat er fast ganz herausgenommen. Da hat er 0,01 genommen. Und dann hat er das Seitenverhältnis genommen von 1,5. 1,5. Dann hat er den Winkel genommen von 15. Und den Abstand hat er auf 20 stehen lassen. Also das wäre jetzt ein neuer Pinsel. Den nehmen wir jetzt auch gleich. Und ich mache den mal ziemlich groß hier. Ich mache den mal auf 2.000 vielleicht. Ja, das ist 200, desto klein, sondern 2.000. 1.000, 2.000. Und ich würde sagen, das hat die richtige Größe. Jetzt können wir hier noch so einen shiny, ja, so einen durchsichtigen, sozusagen Effekt erzeugen. Dass das den, ja, den Eindruck erweckt. Das würde eben irgendwie durchglitzern und so weiter. Und das wäre dann mein Vorschlag. Entschuldigung. Für das Erschaffen einer Glaskugel. Rechte Maustaste. Also ihr müsst dann unten die Original-Ebene wegschalten. Beziehungsweise die Ebene, wo wir Drehen und Drücken gemacht haben. Rechte Maustaste. Sichtbare Ebenen vereinen. Und, ja, jetzt können wir hier, wenn wir die untere Ebene wieder zuschalten, können wir das wunderbar hier hinein. Wieder durch das Einschalten zeigen, wie wir hier eine wunderbare Glaskugel erstellt haben. Ich weiß nicht, ob das was bringt, wenn wir das hier noch ein bisschen, ja, schärfen. Ich glaube, das hat wenig Sinn. Oder, naja, könnte man machen. Muss man nicht machen, aber können wir machen. Und, ah, braucht einige Zeit. Für das zu schärfen. Warum ist mir jetzt ein Rätsel? Ah ja, naja, okay. Ist doch ein bisschen viel. Wir arbeiten rückgängig, unscharf maskieren. Wir können das machen. Filter verbessern. Unscharf maskieren. Und dann machen wir einfach ein bisschen Clarity, also Klarheit hier hinein. Der Filter braucht heute ein bisschen Zeit. Komma 350. Oder 850 muss ich sogar nehmen. Alles markieren. Komma 850. Und hier auch Komma 850 bei der Menge. Und dann hat es so ein bisschen Clarity. Haben wir da ein bisschen hinein gebracht. Dann macht man das noch so. Und jetzt könnt ihr diese Kugel natürlich auch in alle Richtungen verschieben, wie ihr wollt. Könnt ihr ihn schieben, wo ihr wollt. War bein rückgängig, ja. Oder was weiß ich. Ein bisschen nach oben irgendwie. Keine Ahnung. Also wie es euch am besten gefällt. Wie ihr Spaß dran habt. Könnt ihr diese Geschichte, ja, verschieben. Und ich lasse es mal so. Rechte Maustaste. Oder ja, lasst wir es mal so. Und hier seht ihr also unser Foto. Rechte Maustaste nach unten vereinen. Und gut ist es. Dann haben wir hier die Original Ebene. Und hier die Illusion einer Glaskugel. Ich hoffe, ich konnte euch ein wenig weiterhelfen. Ein bisschen Freude machen. Wenn es euch Spaß gemacht hat, baut es nach. Macht es schöner als ich. Ihr könnt noch Farbverläufe nehmen, wie ihr möchtet. Und so weiter. Ihr könnt noch innerhalb der Kugel, ja, so diese shiny, ja, wie sagt man, Gebiete ziehen. Und je nachdem, wie ihr lustig seid. Ihr könnt auch viele Kugeln machen, ja. Ja, zehn Kugeln oder fünf oder eine oder drei. Wie ihr lustig seid. Und wie gesagt, hier der Pinsel. Ich hoffe, wie gesagt, ich konnte euch ein wenig Freude machen. Das war ein bisschen schwierig, weil normalerweise ist das nicht so mein Terrain. Aber ich habe mir echt Mühe gegeben heute, das für euch zu machen, ja. Und ich hoffe, es bringt euch ein bisschen weiter. Herzlichen Dank fürs Schauen, für die neuen Menschen, die hierher gefunden haben. Gleich kommt der Abspann, da kommt das Kanal-Symbol. Wenn ihr da draufklickt, könnt ihr diesen Kanal abonnieren. Das würde mich sehr freuen. Und sagt es doch einfach mal weiter, dass es diesen Kanal hier gibt. Und vielleicht kommt ja der eine oder andere Abonnent oder Abonnentin noch hier hinzu. Herzlichen Dank fürs Schauen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.